So sehen Gewinner aus. Die Haupt- und Realschule Hodenhagen in Niedersachsen ist die IT-fitteste Schule in Deutschland. So das Ergebnis eines bundesweiten Wettbewerbs der Initiative IT-Fitness von Microsoft Deutschland und Partnern. Ich weiß immer noch, wie in der ersten Klasse überlegt wurde, welchen Schulfehler jeder bekommen hat und welcher am besten schreibt. Und diese Debatte um den Einsatz von PC, von Notebooks gibt es leider nicht in allen Schulformen, nicht in allen Schulen. Umso wichtiger, dass hier ein Wettbewerb veranstaltet wird. Ziel des Wettbewerbs war es, engagierte Schulen auszuzeichnen. Vorbildliche Projekte sollen andere Schulen motivieren, ihren Jugendlichen berufsrelevante Kenntnisse am Computer und im Internet zu vermitteln. Ob Bäcker oder Banker, jeder setzt den PC im Arbeitsleben ein. Über 60 Prozent der Berufe nutzen aktiv den PC. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, in der Ausbildung einiges zu tun, weil die Schulen nicht optimal ausbilden. Wir sind nur Mittelmaß in Europa und zwei Drittel aller Schüler setzen den PC weniger als zwei Stunden pro Woche ein. Das heißt, wir haben da ein Defizit. Den Startschuss zum Wettbewerb gab Angela Merkel gemeinsam mit Bill Gates, dem Gründer der Initiative. Das war im Januar in Berlin. Seitdem sind 250 Bewerbungen eingegangen. Und das ist sie. Den Preis für die IT-fitteste Schule erhält die Haupt- und Realschule Hodenhagen. Die Auszeichnung gibt es für den innovativen Einsatz von PC und Internet im Unterricht. Dafür wurden eigene Lehrpläne entwickelt, Räume umgestaltet und die Pädagogen haben sich weitergebildet. Das Ergebnis, Schüler und Lehrer sind im Umgang mit dem Computer richtig fit. Das ist nicht selbstverständlich. Laut Studien wird der Computer in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen am wenigsten im Unterricht genutzt. Das will die Initiative IT-Fitness ändern. Etwa durch E-Learning-Angebote und andere Maßnahmen. Als Sieger des Schulwettbewerbs erhält die Schule in Hodenhagen einen großzügigen Preis. Ich bin natürlich als Schulleiter der Firma Microsoft unheimlich dankbar. Nicht nur, dass wir diesen ersten Preis gewonnen haben, sondern auch über die 50.000 Euro Preisgeld. Das setzt uns nämlich in die Lage, unseren gesamten IT-Bereich zu verdoppeln. Das Preisgeld wird in ein Klassenzimmer der Zukunft mit IT-Ausstattung und Trainingsmaßnahmen investiert. Ein weiterer Schritt, um die Kinder und Jugendlichen auf den Einsatz von Computer und Internet im Berufsleben vorzubereiten.